Yo, freiner gepflegten COD-Unterhaltung. Ich hoffe euch geht's gut. Heute geht's mal wieder rein in ein gediegenes Ründchen Warzone. Wollt ihr ein bisschen rein-sweaten. Ich werde euch hier wieder ein bisschen was zusammenschneiden. Rage, ein paar Bugs, Hacker, den ein oder anderen komischen Connection-Tod. Und ja, ich hoffe es unterhält euch ein bisschen. Bis zur neuen Warzone-Map. Daily Upload of Finest Place. Bisschen Racing. Wer Bock hat, kann ja mal vorbeischauen. Und genug gelabert, ab geht's mit dem Video. Let's go! Da war's am Anfang. Der Beschwester. Die Führung ist unterwegs. Was ist hier los? Geht's hier auf eure Reihen. Scheiß drauf. Wer kommt hier rein? Nähert sich! Oh, das bin nur! Es scheint wohl, vor allem, komplett ausgerottet zu sein. Biss! Biss! Oh Gott! Biss! 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 Ja, es war so klar, ey. Biss! 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 Wo ist der Andere? Yes Dieses Special Money ist so lächerlich Merci beaucoup Nochmal Merci 16 Ja, Ork Ork ist anscheinend nicht mehr so Er holt Skin Nice Das ist der Idiot Ich habe Bock auf Kills Direkt erst mal eine Drohne gegönnt hier Achtung, Drohne Jo Oh, ein Meister Kuckuck Trinkt mit Plattentasche mit Ehrenwert Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich Was? Was? Mann, wie sieht er mich denn? Oh, eklaaa Jo, alles klar ist Ja, natürlich Lächerlich Da brauchen wir ja nicht wundern, dass ich so schönste sterbe Lächerlich, ey Ja, Portrait Nöte Ich war nichts zu tun Achtung, Drohntreibstoff ist knapp Zurück zur Basis zum Ah, schön, dass da auch wieder nicht angezeigt wurde Finde ich Finde ich auch wieder super Wie funktioniert Sie markiert, los geht's Hier ist Lauder 2.0 Alles klar Clusterschlag gestartet Ah, der Klasse Schön Der Klasse Der Klasse Der Klasse 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 Finde ich gut Was? 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 Wir haben verloren, aber beim nächsten Mal kehrt Ja Ja Hahaha Hahaha Was? 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 Wie denn? Klar, natürlich Ja Ja Klar Jo Jo Jooo Genoo Genoo Mehr als immer Mehr als im Kopf treffen kann ich Äh Ja 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 das ist so lechal mann ja klar na klar gehen was was als ob der nicht drauf war das möchte ich mir noch mal gucken wir 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 diese runde ging an den feind aber wir kommen ja was was das das gibt es nicht ich 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 bitte ich 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 ja ich klar ist er jetzt nicht so als wäre ich schon lange unten gewesen da warum warum kommt ich nicht hier über die scheiden gespielt mann ich kann ihn nicht durch den zauern ich hab ne ff wie schnell die ich aus das war ein hat da draußen zurück Die super ja du hast da drin was abgekriegt ja mann ey komm ja ja bitte lächerlich ja darfst du vor ihm und ich nicht oder was ist gut bei die drohne über uns alter ich hätte fast bekommen mit der pk die ist ja jonge 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 pkw ist so böse also falls hier auch noch bei irgendeiner Frage aufkommen was eine gute Long Range Waffe ist ihr habt es gesehen die 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 Vordere Aufklärungsüberflug an! Oh, das war's schon, ja moin! Endlich mal ne Lachse unten! Ich dachte da kommt noch jemand! Ja, Freunde! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Likewerfen! Oder rein! Tschau!